Raczynski aus Spitzenwinkel, 3 zu 0. Eine Minute ganz genau gespielt in der zweiten Halbzeit. Fabrizio Ungeschlagenheit also nur von ganz kurzer Dauer. Tomasz Raczynski bereits zum zweiten Mal trifft ins Schweizer Netz. 46 Minuten gespielt, der Spielstand 0 zu 3. Hier die Wiederholung, das ganze Antenneinwurf. Raczynski frei vor Fabrizio Borer. Und hier die Reaktion von Borer.